Gerard, wie läuft es an der Playstation? Darf man dich stören? Nein, ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Aber du hast einen interessanten Gegner ausgesucht, oder? Sie? Unterhalten könnt ihr euch nicht, aber für die Playstation reicht es. Wie steht es denn da? Nein, es ist für mich, aber ich sage schon, wahrscheinlich gegen einen 13-Jährigen. Aber die Confidence muss ich nicht. Wie geht es euch? Alles gut hier? Training läuft gut? Alles gut, haben wir jetzt schon gut trainiert in der Früh. Und Pascal hat einen guten Trainingspartner gehabt. Und wir werden jetzt eine gute Relaxen an dem Wochenlag dann nicht mehr trainieren. Ingo hat schon gesagt, Pascal, österreichische Community hier. Andi Heidermauder ist noch da. Ossi ist auch hier, gell? Genau. Lasst es euch gut gehen? Selbstverständlich. Wir lassen es uns immer gut gehen. Jetzt habe ich es Tony gesehen, hast du das geschossen, oder? Sicher habe ich es geschossen, das ist für eine Frage. Que pasa? 3-1? Si. Si? Du bist von Portugal oder Argentinier? Portugal. Portugal? Also du bist Argentinian, habe ich gesehen, Gerald? Ich bin Argentinier. Und easy Gegner? Nein. Heute spielt ganz gut. Wer ist denn der Beste hier? Keine Ahnung. Das ist mein erstes Spiel. Aber das werden wir rausfinden die Woche noch. Passt. Alles Gute noch, gell? Danke. Danke.